Wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier bei Padefke, das Kaffeehaus in Balingen. Heute zweite Folge von Background Talk aus dem Kaffeehaus mit dem Thema das tägliche Brot. Ich begrüße dazu zwei Gäste, zum einen Herrn Markus Rettenmeier, Müller aus Haub und Mehllieferant von Padefke. Guten Abend. Und Herrn Dominik Padefke, der ist Bäckermeister und Diplomkaufmann. Herzlich willkommen. Hallo. Liebe Zuschauer, wir beginnen mit der ersten Frage vom Korn zum Brot. Wieso diese Getreidevielfalt? Diese Getreidevielfalt entsteht durch die Brotgetreide, die wir verarbeiten. Das sind Weizen, Roggen und Dinkel. Aus diesem Brotgetreide machen wir Schrote, Griese, Dunste, Vollkornmehle. Die ganze Vielfalt, die die Bäckerei Padefke braucht, um daraus gute Backwaren herzustellen. Jetzt, Herr Rettenmeier, ist natürlich Bio und Region in aller Munde. Woher kommt unser Mehl? Das Getreide, das wir verarbeiten, kommt zu weit über 90 Prozent aus Baden-Württemberg. Einfach dadurch, dass weite Frachtwege hohe Kosten bedeuten. Wir sind eine absolut regionale Mühle. Über Baden-Württemberg hinaus ist natürlich die Brotvielfalt ganz typisch für ganz Deutschland. Wir haben dazu einen Einspieler. Die Vielfalt der Brotspezialitäten in Deutschland sucht weltweit ihresgleichen. Deutschland ist das Land des Brotes, der Brotvielfalt und des Brotgenusses und damit unbestrittener Kulturbotschafter für Deutschland. Die Bäcker haben über Jahrhunderte das Wissen der Brotherstellung gepflegt und verfeinert. Die Zünfte und Innungen haben dieses Handwerk zur Blüte gebracht. Dieses einzigartige Erbe mit seiner besonderen regionalen Vielfalt, der Brotspezialitäten und Kleingebäcke gilt es in der Welt von heute zu bewahren. Die Vielfalt der Brotspezialitäten ist in Deutschland deutlich ausgeprägter als in anderen Ländern. Und das hat mehrere Ursachen. Die Beschaffenheit der Böden hat starke Auswirkungen auf den Getreideanbau. Der Roggen ist die Hauptbrotfrucht der nördlichen Bundesländer und der lehmigen Sandböden. Ja, liebe Zuschauer, wir haben gelernt, wie sich die verschiedenen Brotsorten entwickelt haben. Habert Efke, gibt es tatsächlich 300 Brotsorten? Es gibt sogar weitaus mehr. Aktuell sind es ganz genau 3.300. 3.300. Ganz genau, ja. Das deutsche Brot soll Zweck seiner Handwerkskunst und Vielfalt Weltkultur-Erbe der UNESCO werden. Deswegen gibt es das deutsche Brotregister, wo die Brotsorten registriert und erfasst werden. Und worin unterscheidet sich die Brotsorten? Gut, die unterscheidet sich natürlich in der Zutatenzusammensetzung. Es sind natürlich viele Brote ähnlich, aber eben nicht gleich. Wie sieht die Hitliste in unserer Region aus? Schwäbisches Bauernbrot oder Dinkelbrot oder wie ist das? Gut, bei uns in der Region ist natürlich ganz klar das Bauernbrot an erster Stelle dicht gefolgt von dem genetzten Bauernbrot, was man eigentlich so insgesamt in die Kategorie Bauernbrot schieben kann. Desto nördlicher mir kommt, desto dunkler werden eigentlich die Mehle, die verbacken werden und desto dunkler natürlich auch die Brote. Wir hier im Großraum Stuttgart und Schwäbische Alp, wir haben eigentlich die hellsten Brote von ganz Deutschland. Jetzt, er hat dunkel und hell angesprochen. Gibt es da Unterschiede für die Getreidemühle, wie dunkle und helle Mehle entstehen? Das ist ganz einfach, weil es gibt eine Zahl, die auf dem Mehlsack steht im Discounter beziehungsweise Supermarkt 405. Das ist das hellste Mehl. Ein Vollkornmehl hat zum Beispiel die Zahl 1700 und diese Zahl beschreibt im Grunde der Anteil an Schalen, an Mineralstoffen, der noch im Mehl drin bleibt. Es gibt auch Leute, die sagen, je dunkler, desto gesünder. Wie ist das, was die Backverfahren angeht? Gibt es da verschiedene Backverfahren für die verschiedenen Mehle? Ganz klar, ja. Also wenn man das Backe grob in drei Bereiche einteilt, Teigherstellung, Aufarbeitung und Backen, dann ist am Ende das Backen auch wieder Wissenschaft für sich. Und da muss ich natürlich, je nachdem, ob ich jetzt ein Weizenbrot oder ein Roggemischbrot backe, komplett unterschiedlich backe. Jetzt haben wir natürlich in der ersten Folge bei den Handwerksbäckern schon über Irrtümer und falsches gesprochen. Gibt es das in Bezug auf das Brot auch? Ja, ganz klar. Die Irrtümer sind leider weit verbreitet. Auch die Presse glänzt hier mit Halbwissen und Oberflächlichkeit. Leider und mir als Fachmann ist das natürlich ein Anliegen. Es wird vielfach berichtet über das Bäckersterben in Deutschland. Wir müssen weg von der Unterscheidung großer und kleiner Betrieb. Vielleicht wäre eine bessere Unterscheidung schnell und langsam. Die schnelle Bäcker setzt sich am Markt durch und hat dadurch eine Daseinsberechtigung. Die langsame Betriebe, die jammern vor sich hin, leben in der Vergangenheit und die verschwindet natürlich vom Markt. Das ist ganz klar. Die Anzahl der Betriebe nimmt ab, aber die Anzahl der Fachgeschäfte und die Qualität steigt. Und jetzt natürlich vielleicht noch den Müller zuzunehmen, Herr Rettenmeier. Was gibt es da? Gibt es da beim Mehl auch Halbwissen? Ja, da gibt es auch einiges in Halbwissen. Also was ich klarstellen möchte, ist, dass Mehl grundsätzlich ein absolut sicheres und gesundes Naturprodukt ist. Wir verwenden jeden Monat viele tausend Euro in Untersuchungen, in externe Labore. Und dem Mehl selbst setzen wir nur Vitamin C und Malzmehl zu. Malzmehl sind natürliche Enzyme und sonst nichts. Aber das Mehl kann ja nur so gut sein wie das Getreide. Und wie ist das mit dem Getreide? Absolut. Wir haben hier in Baden-Württemberg ein hervorragendes Getreideanbaugebiet. Da werden alle Qualitäten, die wir brauchen, angebaut. Wir sitzen am richtigen Platz hier. Man schmeckt das Brot am besten. Ich habe gelernt, so frisch wie möglich. Ja gut, Herr Steck, was ist für Sie frisch? Aus dem Ofen raus. Okay. Also frisch muss natürlich erstmal definiert werden. Denken wir da vielleicht mal an Wein oder Käse. Den kann ich auch nicht sofort nach dem Hersteller genießen. Genauso ist es beim Brot auch. Allerdings ist der Zeitraum, wo das Brot reifen muss, das fertiggebackene Brot etwas kürzer. Ein Brot schmeckt nach 24 Stunden am besten. Nach 24 Stunden? Ganz genau. Das heißt am nächsten Tag? Am nächsten Tag, ganz genau. Die Geschmacksstoffe, Aromastoffe entstehen hauptsächlich beim Backen in der Kruste. Und bis die ins Innere vom Brot durchgezogen sind, dauert es eben 24 Stunden. Auch ernährungsphysiologisch ist das Brot für den Körper nach 24 Stunden viel einfacher zu bearbeiten. Jetzt haben wir hier natürlich diverse Brote liegen. Was können wir da zeigen? Gut, wir können hier mal natürlich das klassische Bauernbrot zeigen. Das haben wir hier vorne rechts. Ganz genau. Darf ich Ihnen das gerade so rüber geben? Ja, vielen Dank, Herr Steck. Schneiden wir das mal an. Es ist eigentlich das Brot, wie es bei uns in der Region am meisten gegessen wird. Es ist klassisch 90 Prozent Weizen und 10 Prozent Roggen. Und woran erkenne ich jetzt, ob es ein gutes Brot ist oder ob es ein schnell gebackenes Brot ist? Guter Bauernbrot darf natürlich keine zu feine Krume haben. Es sollte eher ein bisschen eine grobe, eine unregelmäßige Porung haben, so wie Sie es hier sehen. Und natürlich eine ordentlich ausgeprägte Kruste. Aber zu viel ist auch nichts. Dann habe ich es zu lange backen und dann wird das Brot natürlich trocken. Gut, ich bedanke mich sehr. Unsere Zeit ist leider schon wieder rüber, liebe Zuschauer. Unsere dritte Folge beschäftigt sich mit der Geschichte des Brotes. Wir freuen uns drauf. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.